Guten Abend und willkommen zu «Schweiz Aktuell» nach dem Wochenende, wo der Sommer wieder zurückgekommen ist. Wir haben heute diese Themen für Sie. Schnellen Verkauf. 93 Tiere vom verhafteten Rostzüchter aus dem Thurgau werden schon diese Woche versteigert. Das sei überstürzt und nicht zum Wohl der Tiere, befürchten die Tierschützer. Randalierer verurteilt. Heute ist der erste von mehreren Krawallmachern, die im April eines Jahres nach einem Fussballmatch Polizisten angegriffen haben, vor Gericht gestanden. Und dann schalten wir noch live zu Katharina Locher auf Niederhelfenschwil im Kanton St. Gallen und geben ab. Ja, wir heben ab und zwar mit einem von diesen 14 Heißluftballonen hier hinter mir, weil aus der ganzen Schweiz sind da hergekommen. Die machen ein Training, weil heute in der Woche startet in Frankreich die Europameisterschaft von Heißluftballonfahrern. Und das sind die letzten Vorbereitungen. Und bei diesen Vorbereitungen geht es natürlich nicht einfach darum, ein bisschen oben runter zu schauen und Aussicht zu geniessen. Es geht um Präzision und Kenntnis von Wind und Wetter und das erleben wir heute im Laufe dieser Sendung mit, zusammen mit dem weltbesten Ballonfahrer, der hier aus der Gegend kommt. Danke Katharina und bis später dann in der Luft. Zuerst jetzt aber zu dem. Heute hat der Kanton Thurgau entschieden, dass er tross vom mutmasslichen Tierquäler Uldrich K. verkaufen will. Der Verkauf soll schon am Donstig stattfinden und das Wort Schönbühl bei Bern. Dort im Kompetenzzentrum für Armee-Rosse sind die 93 Tiere den Journalisten frisch geputzt und gestriegelt präsentiert worden. Heute hat die Armee eine Zusammenfassung über den Zustand der Rosse präsentiert, der am Donstig verkauft werden soll. Von den 93 Tieren seien 89 gesund, vier aber seien stark abgemagert. Der Chef des Kompetenzzentrums, Jürg Leichty, zeigt uns eines dieser betroffenen Tiere. Man sieht, der Rücken hängt durch, die Muskulatur über den Rücken ist weg, er hat gar nichts mehr. Auch über die Kruppe, die Hinterhand, völlig abgemagert und total leer. Aber das, was Sie mir jetzt gesagt haben, ist einfach auch eine Alterserscheinung, oder? Das ist nicht, weil jemand das Tier geplaget hat. Nein, ich glaube nicht, dass das Tier geplaget worden ist, sondern dass das Tier einfach vernachlässigt worden ist. Auch solche Tiere können verkauft werden, weil krank sind sie nicht. Mit dem Kanton Thurgau sei sie von Anfang an abgemacht, dass man Tiere nur bis Ende dieser Wochengänge aufnehmen. Darum hat der Kanton jetzt den Verkauf am Donstig bekannt gegeben. Der Schweizer Tierschutz kritisiert das Vorgehen scharf, weil sie wieder den Händler anziehen. Gute Gelegenheit, schneller Kauf, fährt schnell irgendwoher und vielleicht dann eben auf der Schlachtbank oder halt wieder in etwas triste Verhältnisse abrückend. So irgendwas stelle ich mir eigentlich eher vor. Der Kanton will erst am Donstig Stellung nehmen. Aber auch bei der Armee weiss man, dass der Verkauf ein bisschen sehr schnell über die Bühne gehen muss. Ist das nicht problematisch? Doch, natürlich. Wir möchten in allen, dass für die 93 Tiere eine gute Lösung gefunden wird. Das Ziel ist sicher nicht, dass jetzt ein Trost beim Schlachter landet. Ausschliessen kann er seine Einzelfälle aber nicht. Überhaupt macht ihn der ganze Fall zu arbeiten. Auch weil er Ulrich Kahn und seinen Hof persönlich kennt. Er hat uns angefragt, ob wir mit ihm Kontakt haben möchten. Aber wir sind den Gaden angeguckt und haben uns sagen, dass es nicht der Verstoss gegen die Tierschutzverordnung geht. Und das ist ihm auch so kommuniziert worden. Haben Sie das nachher weiter kommuniziert, an die zuständigen Behörden, sprich an den Kanton Thurgal? Also es gibt ein Standardverhalten, wenn man solche Fälle feststellt. Wir haben dann aber auch vom Kantonstierarzt erfahren, dass dort bereits seit einigen Jahren etwas im Tun ist. Und damit ist für uns die Sache erledigt gewesen. Das war vor vier Jahren, genau in dem Jahr, als der Kanton Thurgal ein totales Tierhalterverbot gegen Ulrich Kahn ausgesprochen hat. Der hat der Folgrichter dagegen rekurriert und darum hat der Kanton, der ehemalige Direktor des Bundesamts für Väter in Nährwesen, als Mediator beigezogen. Und da ging es darum eine Überdachung der Futterkrippen, es ging um Läger bei den Kühen, es ging um Halsrahmen und das hat er alles bestens noch erfüllt. Dann aber sind vor zwei Wochen die Fotos aufgetaucht. Wenn wir sehr einige Tiere gesehen hätten, immer wieder bei den Besuchern, dann hätten wir natürlich gerade so vor die Eingriffen. Das Problem ist jetzt, dass nicht alle 93 Tiere am Ulrich Kahn gehören. Der Kanton Thurgal hofft jetzt, dass allfältige Rostbesitzer noch vor dem Verkauf die Schönbühle ihre Ansprüche anmelden. Es waren seit Jahren die heftigsten Ausschritte, die es in Basel nach einem Fussballmatch gab, die vom 10. April letztes Jahr. Die Krawallmacher verletzten neun Polizisten und mehrere Polizeiauto beschädigten. Heute stand der erste von den Anklagten vor Gericht. Georg Halter war dabei. Die Anwältin vom Anklagten mit ihrem Team auf dem Weg ins Gericht. Sie verteidigt den 20-jährigen Maus der Region. Ihm wird Landfriedensbruch und qualifizierte Sachbeschädigung vorgeworfen. Er soll Teil des Zitat Anklageschriften wütigen Mob gewesen sein, vermummt so wie viele andere. Die konkrete Tat, die ihm vorgeworfen wird, ist kurz nach diesen Bildern passiert. Er hat zugegeben, dass er zusammen mit anderen auf dem Parkplatz vor der Joggenlihalle auf einem Polizeiauto los ist und mit einem Stein eine Scheibe eingeschlagen hat. Überführt hat ihn eine DNA-Spur auf dem Stein. Der Vorbestrafte Anklagte hat seine Tat vor Gericht als emotionale Kurzschlusshandlung erklärt. Er sei aufgewühlt gewesen, weil er miterlebt, wie ein Polizist dem Mann Gummischrot ins Gesicht geschossen hat. Der heutige Fall ist nur der Anfang der Aufarbeitung des 10. April 2016. Peter Gill von der Basler Staatsanwaltschaft sagt, in den nächsten paar Wochen werden Anklage gegen 16 weitere junge Männer zwischen 20 und 35 erhoben. Es ist ganz wichtig, dass man einerseits diese Leute zur Rechenschaft ziehen kann, weil man sich vorstellen muss, dass ein Fussballspiel sehr viele Leute hat. Man taucht dann unter, man begut zum Teil schwere Delikte. Und darum ist es wichtig, dass diese Leute auch vor Gericht gebracht werden, wo sie dann auch abgeurteilt werden. Im Fall heute hat das Gericht der Anklagte zu 16 Monate bedingt, bei der maximalen Probezeit von vier Jahren verurteilt. Die Vorsitzende Richterin hat seine Tat als besonders rücksichtslos beurteilt und gesagt, er sei nicht ein normaler FCB-Fan. Er sei nach Ansicht vom Gericht ein Hooligan. Die bedingte Freiheitsstrafe ist sogar zwei Monate länger, als es die Staatsanwältin Angela Weyrich gefordert hat. Sie ist entsprechend zufrieden. Erwarten Sie von diesem Urteil auch eine präventive Wirkung? Das bleibt zu abwarten, ob das tatsächlich eine präventive Wirkung hat. Es wäre natürlich schön, wenn es das hätte, wenn man damit auch ein Zeichen könnte setzen, dass solche Delikte nicht als Bagatell-Straftaten angeschaut werden. Die Verteidigerin Manuela Schiller hingegen hat für ihren Mandanten nur eine bedingte Geldstrophe wollen. Sie zeigt sich weniger über die Höhe der Strophe schockiert als über die strengen Worte der Vorsitzenden Richterin. Wie sollen da junge Menschen nach Hause gehen und das Gefühl haben, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe etwas gelernt, weil das ist ja schon fast, das ist zwar nicht wie der USA, aber ich meine vier Jahre Probenzeit. Und dann ihm gerade sagen, wenn du nochmal etwas machst, dann gehst du rein. Also das ist einfach eine Botschaft, die ich falsch finde und ich glaube auch nicht, dass sie aufgehen wird. Nur fünf Tage nach dem harten Urteil vom Bundesstrafgericht in Bellinzona gegen einen Petartenwerfer urteilt auch das Baselbieter Strafgericht hart in einem Fall von Ferngewalt. Das entspricht auf jeden Fall einem Zeitgeist, der weniger will tolerieren, wenn es um Gewalt geht rund um die Stadien. Ob das dann aber auch die erhoffte präventive Wirkung wird entfalten oder vielleicht eher die Fronten wird verhärten, das muss sich jetzt zeigen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Verteidigerin hat aber durchblicken lassen, dass sie eher nicht gegen das Urteil wird appellieren. Und jetzt auf Biel. Dort kommen ehemalige Kantonsangestellte vor Gerichte, die 650'000 Franken für sich selber abgewacht haben sollen. Die Frau hat als Rechnungsführerin bei der Jugenanwaltschaft gearbeitet und Belege und Buchungen gefälscht. So kam sie an das Bargeld her, und zwar zwischen 2010 und 2016. Das gab eine Finanzkontrolle letztes September. Der Kanton Bern hat ihr dann fristlos gekündigt. Jetzt ist sie angeklagt wegen Veruntreuung und Urkundenfälschung. Die Frau ist geständig. Schülern mit einer Behinderung, lernschwache Kinder, Flüchtlingskinder oder auch schnelle, besonders starke Schüler. Irgendwann sollen alle diese ganz normal zusammen in die Schule gehen. Inklusive Unterricht, sagt man dem. Und solche Unterrichts sollten auch im Kanton Bern stattfinden. Der steht aber in der Kritik. Die Berner Stadtregierung und auch Bildungsforscher finden, der Kanton sollte mehr machen, um einen integrativen und inklusiven Unterricht zu fördern. Der Schulbaumann berichtet. Die einen lernen Grammatik, andere sind am Rechnen oder schreiben eine Geschichte. Ob lernschwach oder nicht, am Schulpult sind hier alle gleich. 3. und 4. Klasse vor Barbara Klaus in Sarwangen in einer ganz normalen Stunde. Offener statt Frontalunterricht. Es sieht jetzt vielleicht aus, dass das irgendwo etwas macht, aber es ist eigentlich ganz genau bestimmt, als dass sie... ja, also ich weiss, was sie machen, und sie müssen das eigentlich auch dokumentieren. Es ist eine von mehreren Klassen an der Dorfschule Arwangen, die es auf den Weg gemacht hat, Richtung inklusive Unterricht, unterstützt von Schulleitungen. Die Ziele des Lehrplans müssen auch hier erfüllt werden, es gehen aber alle ihrem eigenen Tempo vorwärts, je nach Interesse und Stärchen. Von mir aus gesehen müssen sie selbstständig sein, und von mir aus gesehen muss jeder in seinem Tempo einen Fortschritt machen. Das kann sein, dass wenn ich irgendeinen Namen durchnehme, das wissen alle Lehrer. Da kann man sagen, ja, ich habe es abgehackert, aber dass das jeder begriffen hat, das ist eine Illusion. Was in Sarwangen funktioniert, stösst an anderen Orten auf Widerstand. Lehrer haben sich vor kurzem beim Kanton beklagt, ein oder zwei schwierige Schüler können den ganzen Unterricht komplett lahmlegen. Für das Inklusion funktioniert, brauche ich es alle. Eltern, Lehrer, Schulleitung, sagt Caroline Saali von der Pädagogischen Hochschule Bern. Sie forscht seit 20 Jahren zum Thema. Die Forschung sagt, dass alle von einem guten, inklusiven Unterricht profitieren. Wenn man auf die individuellen Bedürfnisse, auch Interessen und Fähigkeiten von den einzelnen Schülerinnen und Schülern eingeht, profitieren besonders auch die leistungsstarken Schülerinnen und Schülern. Auch der Kanton Bern verfolgt das Ziel, immer mehr Schüler in die Regulschule zu integrieren, investiert aber nach wie vor auch in Sonderschulen. In den letzten fünf Jahren 35 Mio. Fr. Aktuell gibt es dazu 14 Bauprojekte, die sich der Kanton finanziell daran beteiligen möchte. Wenn man das aus der Brille Inklusion anschaut, ist jede Form von Sonderschulen ein Widerspruch, der in diesem Sinne wie dem Ziel der Inklusion im Weg steht. Denn solange man in Sonderschulen investiert, fehlen die entsprechenden Mittel, um die Integration oder Inklusion weiter voran zu treiben. Man sei auf dem Weg Richtung inklusive Schule, heisst es beim Kanton. Es sei aber ein langer Weg. Auch, weil nicht alle von diesem System überzeugt sind. Die Sonderschulen selber einfach so abzuschaffen, das ist unmöglich. Es gibt auch ganz klare Eltern, die wollen, dass ihr Kind separativ geschult wird. Die Sonderschulen, die gebaut werden, werden in der Nähe der Regulschulen gebaut. Aber wir geben laufend mehr Geld aus für Integrationen. Wir haben laufend mehr integrierte Kinder in den Regulschulen. In diesem Punkt sind sich alle einig. Eine Umstellung braucht Ressourcen und v.a. auch viel Zeit. Barbara Klaus hat vor gut zehn Jahren umgestellt. Bereit, habe sie diesen Entscheid bis heute nie. Mit einem Heissluftballon langsam am Horizont entgegengelaten. Am besten in der Abendsonne. Ein solches romantisches Bild haben wohl viele Leute vor Augen, wenn sie ans Ballonfahren denken. Es kann aber auch anders sein, nämlich dann, wenn die Schweizer Nationalmannschaft der Ballonfahrer trainiert. Dann geht es zackig zu und her und jede Bewegung ist auf höchste Präzision ausgelegt. Und bei so einer Trainingsfahrt in Niederhelfenschwil im Kanton St. Gallen ist jetzt meine Kollegin Katharina Locher dabei. Und bald habt ihr ab. Jetzt haben wir den gerade ab mit diesen 14 Kollegen. Es fehlt nur noch die letzte Passagierin. Ich muss so schnell in den Korb klettern. Wunderbar, jetzt haben wir das. Dann braucht es nur noch die berühmte Heissluft. Dann braucht es nur noch die berühmte Heissluft. Jetzt ist es wirklich heiss. Es ist wirklich heissluft da. Und alle gehen wir gleichzeitig los. Und der, der mich hier in die Höhe hochführt, ist Stefan Zeberli. Er ist die Autorangelis der erste im Ballonfahrer. So haben wir eine Höhe gewonnen. Auf was muss man dann schauen beim Starten? Jetzt, wenn man natürlich mit mehreren Ballonen starten, muss man primär schauen, dass du nicht kollidierst mit anderen Ballonen. Das ist am Wettbewerb sonst genau das Gleiche. Ziemlich eine heisse Sache. Jetzt sind wir hier schon ein wenig weiter oben als die anderen. Alle gleichzeitig hier. Ihr seid ja hier aus der Gegend, aus Hoatana im Kanton Thurgau. Weltbester Ballonfahrer. Wie kommt es dazu? Also die Weltrangliste besteht eigentlich aus etwa 4 Jahre Vergangenheit. Europameisterschaft, Weltmeisterschaft und so weiter. Also, und dann geht es primär darum, ja, an diesen Events gewinnt immer einen. Und dann gibt es eine Weltrangliste, die halt mit den Punkten der gesamten so zusammenkommt. Jetzt muss man sich mit der Konkurrenz misst, wie seid ihr überhaupt dazu gekommen? Ballonfahren? Ballonfahren? Ist ein Kindheitstraum, wie von mir? Schau, wie habt ihr das gehört? Wir müssen immer ein wenig Gas geben. Genau, Ballonfahren war ein Kindheitstraum von mir. Ich bin eigentlich dazu gekommen, weil hier in der Ostschweiz wahnsinnig viele Ballone unterwegs sind. Die hat mich fasziniert. Und insbesondere auch die Ballone mit den verschiedenen Windrichtungen. Das Spiel hin und her. Das hat mich wahnsinnig fasziniert. So, jetzt müssen wir noch ein wenig Höhe gewinnen. Und während wir das machen, Moment mal schnell. Schauen wir mal, wie das aussieht, wenn er sich mit der Konkurrenz misst. Stefan Zäberli. Marcel Niedermann hat ihn nämlich an einem Wettkampf in Süddeutschland begleitet. Jetzt muss es schnell gehen. Jeder Handgriff muss sitzen. Stefan Zäberli und sein Team pressieren mit dem Aufstellen des Ballons. Wenn alles gut klappt, kann der Ballon schnell abheben und sich so eine gute Ausgangsposition im Rennen verschaffen. Dass Konkurrenz schon in der Luft ist, macht auch der Weltbest-Ballonfahrer etwas nervös. Eine gewisse Spannung hier. Man möchte das Beste geben. Und die Konzentration kommt im Sport auch mit dem richtigen Niveau an. Nicht gerade Stress, aber eigentlich in diese Richtung. Die Anspannung kommt schneller als erwartet. Zwar arbeitet er den Anschluss ans Feld, aber die Konkurrenz fährt mit hohem Tempo. Während die anderen Teams schon das erste Ziel avisieren, kämpft Stefan Zäberli mit der Technik. Diese braucht er zum Navigieren. Was ist schief gelaufen? Ich vermute, der USB ist vorhin ausgefallen. Und ja. Kein guter Start? Nein. Kein guter Start im Moment, ja. Die Sitzung sich ärgerend bleibt Kai. Während er mit einem Auge beobachtet, was die Konkurrenz macht, studiert er ständig die Luftströmungen und überwacht seine Position auf der Karte. Das erste Ziel ist in Sichtweite, aber er kommt nicht ideal darüber. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als der Wurfpendel zu schleudern, was nicht sehr genau ist. So klingt sie mehr schlecht als recht. Ein paar andere Teams treffen besser als er. Bist du nicht? Nein, schon nicht ganz. Normalerweise ist das natürlich schlechter. Ich muss noch mal auf die Höhe ziehen, wo es gut ist. Ganz auf sich gestellt ist er nicht. Vom Boden aus unterstützt ihn sein Team, das ihm nachfährt. Die nächste Aufgabe ist ein virtuelles Ziel, wo die Ballen möglichst genau anfliegen müssen. Diese meistert er souverän. Aus dem anfänglichen Rückstand wird ein Vorsprung. Dann verlassen Stefan Seberlis Feld und steigt auf über 2'000 m Höhe. Da sind es träge Wolken, die er möglichst ausweichen muss, um jederzeit sicher zu sinken. Genau diese spontane Herausforderungen sind seine Stärke. Aber v.a. ist es sein Ehrgeiz, der ihn bis an die Weltspitze gebracht hat. Im Wettbewerb musst du schon ganz kleine Grenzen haben. Bis dort hinzugehen. Aber diese Grenze musst du sehr, sehr hoch stecken. Auch die letzte Aufgabe gelingt ihm gut. Roland, ich lande östlich von Stetten, südlich von Heigerlach. Östlich von Stetten am Wald. Nach 2 Std. in der Luft und 6 Aufgaben ist das Rennen vorbei. Trotz des Problems mit der Technik und dem missglückten Wurf bei der ersten Übung konnte Stefan Seberlis Konkurrenz in den Schatten stellen. Er ist zufrieden. Sehr gut. Spannend zu sein. Die Winde haben etwas gedreht. Du musst kämpfen. Das ist das, was ich eigentlich gerne habe. Du musst nicht kämpfen. So lief auch dieser Wettbewerb nach dem Geschmack von Stefan Seberlis. Langsam starten. Und dann von hinten aufholen bis an die Spitze. Wer Höhenangst hat über Niederhaufenschweil, sollte im Moment nicht runter schauen. Wir haben ziemlich eine Höhe gewonnen. Live hier über Niederhaufenschweil. Wenn wir die Kollegen mal anschauen, wie sie fliegen. Stefan Seberlis, wie läuft denn im Moment der Trainingsflug? Wollen wir hier rüber schauen? Grundsätzlich ist es höher langsamer. Hier kann man aktuell etwas nach rechts korrigieren. Hier geht es etwas mehr links. Und so haben wir natürlich Stürmöglichkeiten mit dem Ballon. Wir steuern immer wieder. Wir sind auch abhängig von der Richtung, in der die anderen fliegen. Wir sind auch abhängig von eurem Können. Aber auch abhängig vom Wind. Das ist das grösste Risiko. Wie ist das für euch? Grundsätzlich können wir nur die Höhe ändern. Und dort den Wind nutzen, der uns halt passt. Und wir haben schon recht gute Vorhersagen, dass wir auch wissen, welche Höhe für Wind vorhanden ist. Und dass auch die Aufgaben so fahren können, wie es jemand zu erwarten ist. Wir haben im Beitrag die Aufgaben gesehen, die ihr heute bei diesen Wettkämpfen. Wie ist das denn? Manchmal muss man an die Grenzen gehen. Ist das ein Risiko? Passiert da etwas? Ein Risiko würde ich nicht sagen. Es ist natürlich schon so, dass sicher eine gewisse Erhöhung vor da ist, wenn natürlich 100 Ballons ein Ziel anfahren. Das ist manchmal sehr eng. Da musst du aufpassen auf andere. Und dass du frei bist. Aber von einem Risiko würde ich in dem Sinne nicht reden. Dass wir wieder ein wenig heißen, dass wir wieder ein wenig hoher heißen. Vielleicht noch zum Schluss bei diesen Wettkämpfen. Wenn man jetzt hier runter schaut, kann man es manchmal schon etwas geniessen? Vielleicht nochmal schnell, Entschuldigung. Kann man es auch geniessen, das Ballon zu fahren, wenn man jetzt einen Wettkampf macht? Eigentlich schon. Es ist natürlich immer schon eine riesen Spannung. Aber wenn man mal im Wettbewerb drin ist, meistens gegen eine Woche, wo man halt dann, ja, sicher gegen Ende, völlig in einer Routine ist und das Ganze ganz anders auch anschauen kann, wie am Anfang, wenn es bis einmal losgeht. Wo natürlich schon sicher auch eine erhöhte Anspannung da ist. Also wir verlieren wieder eine Höhe. Wir sollten dann erstens wieder Gas geben. Dann hoffe ich, dass ihr das noch etwas geniessen an der Europameisterschaft auch. Aber ich hoffe natürlich auch, dass der Weltrangliste der Erste bleibt. Und wir, wir geniessen sind es einfach noch etwas. Wir schauen umeinander, schauen die hinter uns an. Die Ballonen schauen die schöne Aussicht über Niederhelfenschwelle an. Danke Katharina Lacher. Live aus der Luft und gute Fahrt noch. Und Ihnen wünsche ich einen schönen Abend am Boden. Schweiz Aktuell gibt es dann morgen wieder. Da geht es weiter mit der Börse und der Tagesschau. Adieu miteinander.